Ich leg mal ganz kurz die Bandage raus. Dann nehme ich mir den Tisch. Oder die Soße. Ist das? Also egal. Hauptsache was zu essen. So. Dann nehme ich die Bandage wieder mit. Das ist doch drin. Das ist. Das ist doch. Das kann ich auch mitnehmen. Noch. Weil ich es stapeln kann. Ihr wollt mir doch jetzt nicht wirklich einem vom Pferd erzählen. Hier ist schon wieder alles voller Steine und keinen einzigen darfst du nehmen. Das ist ja jetzt ein Witz. Das ist ja jetzt wirklich ein Witz. Hier ist zumindest eine Axt. Müssen wir uns merken. Die hier geht bestimmt bald kaputt. Das ist so lachhaft. Also jetzt mal ganz im Ernst. Tut mir leid, dass ich da jetzt. Aber ich finde das Schwachsinn. Das ist für mich einfach nur Schwachsinn. Natürlich muss das Spiel ja irgendwo schon eine gewisse Herausforderung haben. Ja. Aber man sollte es vielleicht nicht unbedingt gleich übertreiben. Ich mache mir jedes Mal, wenn ich irgendwo drauf haue, mache ich mir alles nur schlummer. Kann man die Bandage nicht irgendwie benutzen? Aha. Okay. Geht das jetzt besser? Ich hoffe mal. Vielleicht heilt das dadurch schneller oder sowas. Lass sie jetzt mal. Ne? Das ist... Das wird doch wohl hier irgendwo ein Stein zu finden sein. Ist ja der Hammer. Aber Hauptsache Flaschen. Die müssen da sein. Habe ich jetzt wirklich in der ganzen Zeit nur zwei Steine gefunden? Bin ich wirklich die ganze Zeit jetzt wirklich nur am Steine suchen? Das ist... Das ist nicht wahr. Ich darf nicht so viel rennen, weil mein Bein ist immer noch sehr verletzt. Ich will doch nur Steine. Ich will doch einfach nur Steine haben. Das kann doch nicht so viel verlangt sein. Das Fleisch ist ja 100 pro Byte verdorben oder so. Gibt's nicht. Ich habe ja noch nicht mal Salz. Wie soll ich denn das... Jetzt hätte ich gesagt, versuchen wir es das zu trocknen vielleicht. Aber ich habe ja kein Salz. Oder habe ich Salz nicht? Ich glaube, ich habe kein Salz. Das hat mich nicht im Sinn, irgendwo Salz gefunden zu haben. Toll, ich habe drei Steine. Nach 20 Minuten. Wahnsinn. Das geht ja übelst schnell. Da liegt der Bär immer noch. Ich kann ihn nur leider nicht weiter ausschlachten. Das ist das Problem. Ich glaube, ich speichere lieber noch mal. Hallo? Oh, hier ist ein Reifen. Und eine Batterie. Das wäre gut für das Auto, das bei der Garage steht. Dafür wäre es gar nicht mal so schlecht. Und momentan habe ich ja eh keinen Platz. Ich kann ja nichts mitnehmen. Nicht mal diesen geilen Baseballschläger. Das wäre nice gewesen. Ich wollte nämlich eigentlich mein Fleisch grillen. Eigentlich wollte ich auch einen Schrank bauen. Aber entweder bin ich für das Spiel einfach zu blöd oder... Geil, ich kann durch die Wand greifen. Habe ich jetzt Schuhe? Ach, tatsächlich. Okay. Aber warum nicht? Kann man machen. Man sieht meine Füße nur leider nicht. Oh, kann ich doch mitnehmen. Cool. Warum denn das auch nicht? Ich finde alles möglich, nur keine Steine. Arsch, mein Fuß. Hier waren wir, glaube ich, schon mal drin, ne? Könnte das sein? Oh, da ist was zu essen, oder? Ach nee, ist schon leer. Schade. Äh. Warte mal, ich nehme mal ganz kurz die Cola hier. Ach komm. Jetzt nimm die. Ist nicht wahr. Dieses Spiel macht es mir echt nicht einfach. Muss ich wirklich mal sagen. Also, das macht es mir echt nicht leicht. Wie, von hier hinten kann ich das holen, oder was? Willst du mich verarschen? Jetzt nimm die verdammte Cola. Meine Fresse. Trinken. So, Wasserflasche wieder mitnehmen. Gibt es hier zufällig Steine? Im Laden. Würde mich noch nicht mal wundern. Wenn ich ehrlich bin. Stoff gibt es hier schon mal. Das gibt es auch. Hier sind noch Komponenten. Das ist auch gut. Hier ist was zu essen. Fast eigentlich. Ich habe tatsächlich Hunger. Schmeißen wir die Flasche nochmal kurz raus. Und das. Eigentlich habe ich mehr als genug zu essen. Nur ich komme ja nicht dazu, es zu grillen. Weil ich nicht in der Lage bin. Anscheinend. In diesem Spiel. Steine zu finden. Kann man hier irgendwas abbauen, wenigstens? Ist hier irgendwas möglich? Äh, ich weiß nicht. Das ist richtig toll. Das ist richtig toll. Das ist... Wie lange suche ich denn jetzt schon nach Kackstein? Bestimmt schon eine halbe Stunde. Also... Wenn klar, jetzt in dem Laden hier, dass ich da wohl schlecht Steine finde, das ist schon logisch. Das sehe ich auch ein. Da hinterm Zaun war, glaube ich, ein Stein. Ich will doch nur verdammt nochmal Steine haben. Kann doch nicht so schwer sein, einen Stein zu finden. Super, den Stein, den ich gesehen habe, den darf ich anscheinend auch nicht nehmen. Alle, das sind Dekosteine. Und Dekosteine sind nicht geeignet für ein Feuer. Die sind anscheinend nicht feuerfest oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich wünschte, ich wüsste es. Aber es ist nicht der Fall. Es ist total... Ich habe drei Steine. Drei Steine in einer halben Stunde. Ich glaube sogar länger. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt, aber eine halbe Stunde war es mit Muss. Drei Steine. Das heißt, in der ganzen Aufnahme wird eine Folge lang mindestens komplett damit ablaufen, dass ich Steine suche. Das ist... Wow. Einfach nur wow. Kann man hier wenigstens angeln oder irgendwas? Ist hier irgendwas möglich? Gibt es hier irgendetwas? Oh, da hinten ist, glaube ich, ein Stein. Das könnte jetzt tatsächlich ein Stein sein. Da bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt ein Stein ist. Wow. Oh, da ist, glaube ich, noch ein Stein. Habe ich jetzt etwa eine goldene Steinquelle gefunden? Ist da hinten etwa noch ein Stein? Oh. Wahnsinn. Jetzt gucke ich mal, ob das da hinten auch ein Stein ist. Muss man erst mal so eine Steinader finden. Das ist... Oh, ich glaube, das sind sogar zwei, wenn ich richtig gucke. Hey, wie kommt's denn? Oh, da ist, glaube ich, noch einer. Wahnsinn. Darf ich das noch glauben? Oh, wo kommen wir das auf einmal her? Mehrere Steine. Nebeneinander. Ich kann ja nicht mehr... Wow. Das ist ja... Ich kann ja nicht mehr mehr welche mitnehmen. So viele habe ich jetzt. Weil ich habe acht Steine. Und acht Steine sind verdammt viel. Mehr ist nicht. Mehr kann ich halt nicht tragen. Tut mir leid. Also... Ich bin nun mal kein Hulk. Aber vier Baumstämme tragen, das kann ich. Das ist kein Problem, finde ich. So, jetzt müssen wir erst mal wieder zurück zur Hütte. So. Und dann geht die Suche los. Mit dem nächsten. Und zwar... Stöcke. Ah, jetzt auf einmal kommen überall Steine, oder was? Ey. Das... Das... Das ist doch nicht wahr. Jetzt auf einmal sind überall Steine. Das ist doch ein Witz jetzt. Das ist ein Witz. Ich glaube, dieses Spiel mag mich nicht besonders. Ich weiß nicht warum, aber... Hm. Bestimmt, weil ich den Bären gekillt habe. Mit einer Axt. Damit war das Spiel nicht einverstanden. Da, 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 da. Ach ja. Na, Bär. Schläfst du schön, ja? Macht Spaß. Dann ist ja gut. Oh, da ist mein Haus. Ach. War noch nie so froh, zu Hause zu sein. Das ist ja Wahnsinn. Alter, das ist echt blöd, wenn man die ganze Zeit nur so rumschleichen kann. Toll. Wurde... Ey, jetzt ist hier ein Stein gespawnt, ne? Ey, ich kriege hier wirklich gleich einen Anfall. Aber keinen guten. Jetzt liegen hier überall Federn rum. In der letzten... Ey. In der letzten Aufnahme habe ich die Federn gesucht wie eine Blöde. Jetzt, wo ich sie nicht mehr brauche, liegen hier überall Federn rum. Eben habe ich hier... Scheiße, ich glaube, das wird die letzte Aufnahme. Ist das... Ist das nicht wahr? Das ist aber jetzt nicht wahr. Was geht ab hier, bitte? Was ist das für eine Verschwörung? Was ist hier los? Ich habe eben... Halt jetzt doch. Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ey. Ne? Ey. Das... Ich hasse das. Wenn das Spiel weiter so macht, fange ich wirklich an, das zu hassen. Arschloch. Mann, ey. Das ist echt nicht wahr. Ich würde einfach nur mein Fleisch grillen, verdammte Scheiße. Kann doch nicht so schwer sein. Du brauchst den ganzen Tag, um so ein scheiß Feuer hinzulegen. Das war's, ne? Ja. Wieso kann ich den jetzt nicht aufheben? Wo ist das Problem? Weil ich noch einen Stein habe. Ich lasse den Stein jetzt einfach mal hier fallen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange der da liegen bleibt. Vielleicht für immer. Vielleicht nur 10 Minuten. Er weiß das schon. Das ist jetzt unser Experiment. Da ist jetzt der Stock hin. Okay, der Stock ist verschwunden. Natürlich. Jetzt brauche ich ja auch Stöcke. Jetzt ist es ja logisch, dass die verschwinden. Das macht ja nur Sinn. Ah, da. Hier schon mal eins. Das Spiel ist echt ein Arschloch. Mehr sage ich dazu echt nicht mehr. Das Spiel ist einfach nur für mich ein Arschloch. Das Spiel ist einfach nur für mich ein Arschloch. Ah ja. Wenigstens findet man die ein bisschen öfter. Wahrscheinlich durch das Bäumefällen vorhin. Sind ja ein paar runtergefallen. Sonst wären die wahrscheinlich auch nicht da. Oh, Nase juckt. Entschuldigung. Oh, jetzt bin ich hier runtergekullert. Ja. Und sonst so? Weiß nicht. Erzählt mal was Schönes. Schwab aus eurer Jugend oder so. Das soll jetzt nicht wahr sein. Suche ich Stöcke oder was? Ich glaube, ich sage dazu einfach nichts mehr. Das ist, glaube ich, besser. Wenn ich einfach nichts dazu sage. Einfach nur schweige. Einfach nichts sagen. Vögeln einfach mal zuhören. Wie schön sie zwitschern. Das ist viel schöner. als sich Ewigkeiten aufzuregen. Ich glaube, ich werde einfach noch einen Baum fällen. Einfach mal aus Jux. Weil ich es kann. Dann fallen eventuell noch so ein paar Dinge runter. Wenn ich Glück habe. Versuchen wir es einfach mal auf die Tour. Der konnte ich ja leider nicht fällen. Sonst hätte ich das mit den Steinen genauso gemacht. Aber mein Arm. Genau deswegen wollte ich es nämlich eigentlich nicht machen. Aber es muss. Das Spiel lässt mir ja keine Wahl. Äh, was war das denn? Habt ihr das gesehen, was da so lang geruscht ist? Was war das? Oh, da. Sehr schön. Ein paar Blätter liegen auch unten. Passt doch. Wo rollt ihr denn hin? Naja. Ist eigentlich auch egal. So. Hoffentlich habe ich jetzt genug. Um ein Feuer zu machen. Das wäre so toll, wenn ich endlich mal ein Feuer machen dürfte. Ja. Ähm. Da war doch noch irgendwas gewesen. Irgendwas mit Grillding. Das kommt glaube ich drüber, ne? Ja. Okay. Kann ich das jetzt bauen? Ah. Okay, ich brauche erst mal Holz, ne? Da kann ich ja draußen das Holz nehmen. Muss ich das auch jetzt in Bretter oder so schnippeln? Oder braucht das bestimmtes Holz? Oder ich bin, ich weiß es ja nicht. Was ist denn jetzt schon mit der Phase? Ich probiere es einfach mal. Jetzt kann ich nicht einfach hier rein. Das wäre auch zu einfach gewesen. erst mal hier. Vielleicht ist das dann... Ach nein, da, Feuerholz. Ach, bin ich blöd. Oh, das geht trotzdem. Okay. Bisschen Fleisch grillen. Äh. Ist das irgendwie... Hm. Keine Ahnung. Äh. Womit mache ich das Feuer jetzt an? Sag nicht, ich brauche ein Feuerzeug oder ein Gemist. Äh. 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 Starter. Wie geht denn das? Feuerholz. Äh. Ja, nun bin ich jetzt wieder ein bisschen... Ein bisschen überfragt. Ah, dann kann man Bandage machen. Dafür ist es da. Ist gut zu wissen. Äh. Was mache ich denn da rein? Wie geht denn? Wie geht denn? Wie geht denn? Wie geht denn? Vielen Dank.